Ok ok wir sind wieder mittendrin, am wütenden Schlacht. Ich hab da bis dann schon durchgemistet. Aber wir werden uns wieder zum Bosskampf rennen müssen und werden da wieder Scheutschaden einstecken. Wie kann Schädel in deiner Sammlung sein? Warte mal wo ist denn der Weg hier? Das einzige was ich dabei habe ist glaube ich ein besseres Schild. Die Shotgun ist von früher, anscheinend das stärkste was ich habe. Und ansonsten, was haben wir hier? Nur in Kleidung. Schon bekannt, hätte ich nicht aufheben müssen. Er hat gemault. Er hat gemault. Er hat sterben müssen. Was soll ich tun? Da rennt mir vor allem dann Feuer rein, jetzt erst. Ich was? Ich sterbe? Da gebe ich dir recht. Let's go Pilzgefährte! Und die kann! Weg damit! Weg damit! Dann rennen wir jetzt durch und probieren den Bosskampf nochmal. Der schnellste Weg, da war der schnellste Weg! Nein, nein, kein Fall wird nicht gemacht. Ich lasse mich einfach in Ruhe, ich will da nur durchrennen schnell. Das hätte ich zwar rausschneiden können, aber vielleicht sterbe ich ja wieder, lustig. Oder mein Pilzgefährte. Oh nein, du lasst mich in Ruhe. Aui, besseres Schild, beschütze mich. Da durchrennen, purer Horror. Kann da mal keine Pinguine rauskommen? Ja, ich habe sie Pinguine genannt. Ja, er bessert mich gleich aus. Er bessert mich gleich aus. Er sagt besser Kobold, glaubt ihm keiner. Uh, da war er. Die Ausbildung hier ist hart. Ich gebe echt alles. Aber mein Ausbilder sagt, ich hätte den Killerinstinkt eines Garfs. So kriege ich nie meinen KOTZ-Nasenring. Dabei wünsche ich mir nichts anderes, seit ich vor ein paar Tagen erfahren habe, dass es sowas gibt. Hopp, ok, mein Spiel hat sich doch erholt. Es ist kurz ge-frozen. Ok, Pilzgefährte. Bist du bereit für den Bosskampf? Was sagst du? Ja? Ja? Ok, ok. Können wir uns dann. Noch kurz. Vielleicht kann ich ihn rauslocken. Oder treffen wir allgemein einmal. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich... Was seid ihr? Gute Typen? Glaub ich nicht. Wo ist er? Wo ist er denn? Geflattert tankt für mich. Guter Junge. Guter Junge. Guter Junge. Ja? Ich glaube, das wird nicht lang weitermachen. Guter Junge. Guter Junge. Aufwärts? Ich glaube, das wird nicht lang weitermachen. Es ist aus! Entschuldigung? Wirklich? Ich glaube, ich habe gerade ziemlich gute Kontrolle hier. Ja. Dem ich einen Glitchat hier. Je sag. Fhmm. Wohh. Oh, ich glaube ich habe den Bosskampf geklitscht. Sehr gut, sehr gut. Genau das mag ich. Nimm alles. Ich finde dich, wenn es so weit ist. Oh, da hat sich versteckt. Wie ein Mann. Ist das doch noch Loot? Komm ich hier rauf? Ach komm schon. Da hat sich doch Loot oben versteckt. Ach, anscheinend nicht. Kann halt nicht. Ne, wir kommen zurück, Blitzgefährte. Dieser Meternacht-Session. Und Patrick testet sein Audio. Und auf das es mal richtig eingestellt hat. Mit Kompressor und Equalizern. Und dass es mal gut klingt. Das ist das Ziel. Es soll endlich finished. Gut klingen. Zeit für einen unerwarteten Kälteeinbruch. Oh. Oh. Was ist das? Ja. Die Versammlungsglocke läutet. Du musst zur Tribut-Arena eilen. Und wir bereiten uns auf die Ankunft. Vor-Kanar vor. Wir treffen uns unterwegs. Hüte dich vor den Orakeln. Ich bin fast da. Und Koborte. Koborte nicht vergessen. Stopp. Ja, das glaube ich auch. Ah, das sollte ich den Appetit einfach mitnehmen. Ah, den brauche ich wahrscheinlich für den Bosskampf. Ah, du, was war das für eine riesige Explosion. Blitzgefährte wird schon wichten. Blitzgefährte wird nicht beim richten. Weil dieser Satz wird sich dichten. So weit, doch. Bisset, bisset, bisset. Verstehe, verstehe, verstehe. Ah, das Thresh-Talking. Back with your Wraker. Nein. Ah, der ist erwischt. So. Bisset tot. Dein Hass hat keinen guten Job gemacht. Sehr toll. Ja, das ist ein Hack-Troll. Oh, komm schon, Bissgefährte. Ich bin schon immer gefragt, wie das sei. Ich bin schon immer gefragt. Aber nicht. Verliebt doch, Mariana. Sie wollte nur malen die ganze Zeit. Ich hab dich schon immer gehalten. ist das überhaupt meine klasse wo ist meine kleidung ohrenhüter ist nicht meine klasse oder nicht nach meinen sachen lassen kann ich nicht tragen ihr burs kann fertig machen ja im schlafen gehen müde perfekte spiel zum schlafen gehen wo ich nicht viel reden muss wieder einfach gut trash talk wo ist der apg was ist die taktik jetzt so wenig schuss wird keine gute taktik sein die musik ist wieder ganz weg warum ist sie wieder so ruhig da haben wir bekommen ich habe mir ein schild gekauft und was kriege ich als erstes ein goldenes schild es ist golden ich muss es fast nehmen was das spezial feuerrat nach der geschwindigkeit schutzregulation maximale gesundheit schaden restrikt das klingt eigentlich ziemlich ähnlich aber es ist gold also muss ich es nehmen und so einfach ist es und so einfach ich weiß gar nicht ob man in diesem spiel waffen aufrüsten kann wie in elex zum beispiel oder ein aus haupt haupt nein wird sich nicht nicht bei dir sorry junge eine rache für dich vielleicht das hätte ich gern gehabt aber auf zum drachen boss weit ich will es da eigentlich benötigt so viel trash talking ich komme nicht mit Und dann wieder das P-Wort, das verbotene P-Wort, wenn mich die Kobolde schon die ganze Zeit herumnerven. So viel P-Worte. Die Maulen nur. Die Maulen nur. Oh yes. Die Maulen. Big Weapon, Big Weapon. Grün. War das ein Amulett? Ich habe keine Ausrüstung gehabt. K-O-T-Z-Führer glauben, dass ich es nicht drauf habe? Ha! Ich werde es Ihnen schon zeigen. Ich habe meine eigenen Aufklärungsmissionen unternommen und ich habe einen Plan. Er wird funktionieren, aber ich schaffe es nicht allein. Hoffentlich mehr Glück für dich, Mamacita. Unterbrich ihn mal, Tina. Unterbrich ihn mal. Ich habe sicher etwas Interessantes zu zählen gehabt. Uh, Mobilisken runter hier. Nichts. So, gehen wir weiter. Ja, einfach mal weiter. Wir haben... Wir halten viele auszutippen. Oh, beim Oger. Was habe ich getan? Nein, nein, nein! Das passt nicht. Das passt mir nicht, Kleiner. Ja. Hier lädt er auch. Natürlich. Hopp. Trombe. Ah, das Level-9-Sturmgewer noch immer am besten. Oh, wer sagt die coolen Sprüche von diesen Leuten immer? Kein spezifischer. Einer der coolere Sprüche hat das andere. Der mit dem Dialekt. Mit dem starken. Ich will nur goldene Kugeln haben. Das sind doch hier irgendwo die goldenen Kugeln. Ich will nur goldene Kugeln haben. Das sind doch hier irgendwo die goldenen Kugeln. Ich will noch ein Bar. Alles klar, Kleiner? Ich habe noch nie etwas getötet. Ich mochte es nicht. Auch wenn es für eine gute Sache war. Das kann ich einfach nie wieder tun. Es tut mir leid. Aber du musst allein gegen Walkana kämpfen, Jacken. Da vorne liegt die Tribut-Arena. Folge mir. Zeit, einen Drachen zu töten. Oder einen falschen Drachen. Zeit, irgendwas zu töten. Hm. Da komme ich doch irgendwie rauf, oder? Vielleicht der Rückgang. Vielleicht, wenn ich zurückgehe. Hm. Nicht drüber nachdenken zu viel. Lieber Drachen töten. Und als du Pilzgefährte. Pilzgefährte? Kommst du nicht auch mit? Krastertyp pupft mir einfach herum. Das wärs nichts. Okay. Bring mich zur Loot, Baby. Bring mich zur Loot. Hier. Eine gute Waffe mal. Ah, du hast mich unverbreitet erwischt. Glaub ich nicht. Oh, so viel Schrott. So viel Schrott. Schau dir diesen Schrott an. Was hast du denn gefunden? Meines? Missgewöhn. Du weißt nicht, was du da hast. Ja, gib rüber. Was ist das? Sevorasa? Hm. Tja, jetzt gehörte mir. Was ist das für mich? Glückwunsch, Glückwunsch. Schon gut, hau ab. Achtzehn Minuten. Oh. 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 Das wird mir hart auf weit. Puh. Wie leid sind wir schon drin. Ich würde wahrscheinlich hier weitermachen hier. Jo, weiter damit. Weiter, weiter. Okay. Okay. Großvall. Du da. Du bist weder Troll noch Kobold. Wie kannst du es wagen, deinen Fuß in meinen Reit zu setzen? Das war ich gar nicht. Ach. Ich bin nur hier, um dich zu töten. Hahaha. Du glaubst, du kannst einen Gott töten? Mhm. 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 Du bist kein Gott, Vorkanar. Du bist kein Gott, Vorkanar. Du bist kein Gott, Vorkanar. Kitzerei. Und wirst du ein Kobold im Vorkömmling mit Träumen von Größe? Ich bin da von Chao-C-Fest und deine Schreckensherrschaft endet heute. Das tue ich schon die ganze Zeit. Kleiner. Ich hab schon durchgeschaut. Oh je, ist das der ganze Bossfad. Ui. Und schon eine Waffe leergeschossen. Nächste Waffe. Eigentlich könnte ich die Shotgun verwenden. Mh. 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 Wie mach ich das? Wie mach ich das? Ah ja, ok. Nur nicht im Feuer rumlaufen. Mundatmer? Oh, Kobolde! Ja, Kleiden, Brünen, Nichtsnutzer! Verteidigt euren Gott! Ich befehle es! Keiner kommt mit dir zuerst! Perfekt! Mach dich fertig! Uuui! Das war doch nicht... Das war alles. Ist das schon wieder ein Schild? Wirklich? Ich krieg zwei goldene Schilder hintereinander. Ich will eine Waffe. Ich will eine Waffe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich überleg mal. Das sollte reichen. Für deine Tapferkeit bei der Befreiung der Kobolde hast du dir den Nasenring mehr als verdient. Was? Echt? Das sieht hässlich aus. Das wäre ein wahrlich mächtiger Nasenring. Aber ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich denke, du verdienst ihn mehr als ich. Zahnrad. Was ist das? Im Namen des Kubolzvolks muss ich dir danken, Zähmchen. Wir werden auf ewig in deiner Schuld stehen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss der K.O.T. Setführung von unserem Sieg berichten. Es gibt so viel zu tun. Was mache ich damit? Was ist das jetzt? Ist das ein Ring? Kann ich noch nicht. Ja, noch nicht. Da. 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 Mehr Kunst. Die Tüchen dann halt. Ah, wir sind fertig hier anscheinend. Jetzt. Hab ich die restlichen. Oder nein. Lüffel nicht gefunden. Okay. Sonst noch irgendwas. Vielleicht. Gehen wir ganz zurück. Ganz zurück. Ja, wir waren hier überall. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Na dann. Zurück zu diesen Automaten. Du Dötgefährte. Vielleicht können wir mal hier was besonderes bekommen. Das haben wir sicher schon gelesen. Ich kann das Blut an dir von hier aus riechen. Auch keine Nahkampfwache. Komm schon. Du weißt nicht, was du da hast. Ah, Schrott. Wo hast du das denn gefunden? Im Müll. Im Müll. Gleich mal die Schmelzer anwerfen. Ah. Baden. Griff Alman. Unter dem Baden. Also die zwei haben wir. Das war nichts in dieser Merken. Nein. War es nicht. Scope Scope. Mal raus da und schauen mal was draußen los ist. Auf jeden Fall keine goldenen Keys einlösen. Hör wie schlecht die Waffen gerade zur Zeit sind. In die Oberwelt hinein. Okay. Wo ist Alman? Was? Was? Hm. Vielleicht verliert. Darauf komme ich nicht. Da brauche ich wahrscheinlich eine Jump Fähigkeit zuerst oder sowas. Wo führt mich die Karte dahin? Ah. Am Tod der Königin. Na dann besuchen wir diese Dame doch. Dass sie noch einen Nebenquest für mich hat. Nein. Dann besuchen wir sie doch noch schnell. Und vielleicht finden wir einen guten Waffenautomaten mit einer guten Waffe. Ah. Kann ich da nicht mehr heranteleportieren? Stopp. Uh. Du nimmst fleißig deine Proteine, oder? Nehm ich, ja. Nehm. Ah. Geworfen. Uh. Dicken Traum der Leidenschaft. Ah. Das ist mein Ding. Genau das brauche ich. Frisch vom Amboss. Ding Dong der Leidenschaft. Allein für den Namen. Ah. Bitschi weg. Ah. Ich verstehe. Er schießt Explosionen, das Ding Dong der Leidenschaft. Natürlich tut es das. Oh. Ich seh da haben wir noch viel, das zu Exploren geht. Warte mal. Kann ich hier nicht rein hopfen? Wir auch nicht. Wirklich? Hm. Ah. Dann nehmen wir halt den langen Weg. In der nächsten Folge langer Weg. Die wird noch gezockt dann. Tschüss. Wet's. Untertitelung des ZDF, 2020